Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zu den heutigen Wrestling News. Schön, dass du wieder da bist, denn wir haben mal wieder ein paar Pay-Per-Views abgehakt und abgegrast und deswegen können wir uns jetzt wieder um die News kümmern und ja, deswegen auf jeden Fall dranbleiben und so ab oder anlassen. Falls du es noch nicht getan hast, dann wird es Zeit, Freunde. Wir starten erstmal durch mit Unlimited Wrestling, denn da haben wir ja letztes Wochenende, also vorletztes Wochenende genau genommen, hatten wir ja ein unfassbar krasses Wrestling-Wochenende und ihr könnt die Show jetzt gucken, wenn ihr Unlimited Access habt. Mit Access ist unser Premium-Programm quasi, bekommt ihr natürlich alle Events zu sehen, logisch. Auch direkt eine Woche nach dem Event bekommt ihr das Ding einfach mit im Access-Programm und ihr bekommt auch noch 10% Rabatt auf Tickets und vieles weitere mehr, Freunde. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall sehr, denn schon alleine jetzt für dieses Event müsste man ja theoretisch zwei Pay-Per-Views kaufen. Man kann sich aber auch einmal Access holen und schon hat man alles mit dabei. Also, Freunde, auschecken, unlimitedwrestling.de oder wie immer unsere Shows gucken auf wrestlingtv.de. So, dann beginnen wir mal wieder mit ein bisschen was Schlimmen. Wir haben immer mal wieder so ein paar Verletzungen, das bleibt halt irgendwie nicht aus. Wir hatten jetzt den All-Elite Wrestler Anthony Henry, der sich bei Ring-of-Honor-Tapings auch den Bizeps verletzt hat und da jetzt auch erstmal einige Zeit ausfällt. All-Elite ist auch ein gutes Thema, denn wir hatten jetzt ein Serien-Low, also quasi die schlechtesten Einschaltquoten, seitdem All-Elite-Collision existiert, hatten wir jetzt am Pay-Per-View-Tag, wo auch gleichzeitig Bad Blood lief. Da hatten wir sowieso mehrere Probleme, denn es lief neben Bad Blood auch noch MLB, also Baseball. Wenn auch noch gleichzeitig irgendwie anderer Sport läuft, ist für Wrestling sowieso immer noch mal ein bisschen schwieriger. Aber auch mit Bad Blood am gleichen Tag und so, da lief es natürlich gar nicht gut. Das heißt, wir hatten nur noch im Durchschnitt 269.000 Zuschauer, die Collision geguckt haben. Also das sind langsam TNA-Zahlen, ist natürlich nicht so schön, aber ja, bleibt nicht aus. Ich denke mal, eher ist es ein bisschen Übersättigung, was All-Elite angeht, aber naja. Dann gab es ein kleines Update zu Maria Canales, denn die hat ja gesundheitlich sowieso gerade ein paar Probleme und bei ihr wurde jetzt bekannt, dass ihr All-Elite-Vertrag jetzt ausläuft, also quasi morgen und dass sie nicht weiß, ob sie verlängert wird oder nicht. Sie geht aber eher nicht davon aus, nimmt also dann auch schon weitere Bookings Mitte Dezember an, denn sie wird ja jetzt auch operiert und so weiter, ist ja jetzt gerade auch schon wieder im Krankenhaus und deswegen hatten wir halt auch so ein paar Probleme mit ihr, was die Gesundheit angeht, weshalb sie halt nicht bei All-Elite wirklich viel eingesetzt wurde. Vielleicht lässt Toni Kahn sie aber auch einfach im Roster und wartet, bis sie wieder fit ist. Müssen wir alles mal abwarten, aber ja, könnte auch sein, dass sie jetzt All-Elite verlassen wird. Dann hat die WWE noch für die NHL ein paar Legacy-Belts rausgebracht, das heißt, die WWE produziert ja sowieso Championship-Belts für sämtliche Sachen, halt jetzt auch wieder für Hockey, aber halt auch für Football und so weiter. Das heißt, du kannst für jede Football- und für jede Hockey-Liga und so weiter, kannst du das Logo auf einem Championship-Belt halt mit einem extra Design und so kaufen. Also die Produktion der WWE-Titel läuft auf Hochtouren auf jeden Fall und man weitet es auch aus auf andere Sportarten. Dann zum AJ Styles-Verletzungsvorfall. Wir haben ja gesehen, AJ Styles hatte ja ein Match bei SmackDown und hat sich in dem Match, obwohl er ja quasi erst zurückgekehrt ist, hat er sich gleich wieder verletzt. Das Ding ist, AJ Styles war verletzt, war dann nicht verletzt, wurde aber nicht eingesetzt, wurde dann wieder eingesetzt und hat sich da dann gleich verletzt. Also absolut scheiße. Hier ist es aber so, dass es eine Fußverletzung ist und nicht eine Knieverletzung, denn die Knieverletzung, die in dem Match gesellt wurde, die war Teil des Matches. Also die war nur ein Work. Aber die Fußverletzung, die er sich dabei ebenfalls noch zugezogen hat, die ist natürlich kein Work. Das heißt, da wird er jetzt auch erst mal wieder ausfallen. Ist natürlich absolut scheiße gelaufen. Dann kommen wir zum WWE-Bad-Blood-Pay-Per-View. Da war nämlich das Match zwischen Liv Morgan und Rhea Ripley und das lief anders, als man das ursprünglich gedacht hatte. Denn ursprünglich war der Plan, dass Liv Morgan das Match gewinnt und fertig aus. Letztendlich ist es aber dazu gekommen, dass Rhea Ripley via DQ gewonnen hat, wegen dem Eingriff von Raquel Rodriguez. Also hat man da kurzerhand den Plan nochmal geändert. Ursprünglich wollte man aber Liv Morgan gewinnen lassen. Dann gab es im Independent-Bereich ein Comeback von einem WWE-Superstar und zwar von Aaliyah. Die war bei NXT eine ganze Zeit lang und wurde dann irgendwann vor ein paar Jahren entlassen und wurde jetzt seit zwei Jahren mal wieder im Wrestling-Ring gesehen. Ist also jetzt in den Indies mit dabei. Hat erstmal schön eine lange Pause gemacht, aber jetzt zieht sie wahrscheinlich wieder durch. Dann hat Diamond Dallas Page DDP jetzt einen WWE-Legends-Deal unterschrieben. Auch das natürlich sehr schön. Das heißt, auch da gibt es dann wieder sämtliche Produkte und allmöglichen T-Shirt-Match-Kram und Figuren und so weiter rund um ihn. Das ist natürlich auch sehr fein. Und dann hatten wir ja noch ein Interview mit Triple H, wo es auch wieder so ein bisschen darum ging, dass hier jetzt Raw auf zwei Stunden runtergesetzt wurde und ja auch die Tatsache, dass ja Raw demnächst auch dann auf Netflix wechselt. Damit verbunden gab es dann die Aussage von Triple H, dass er selbst noch gar nicht weiß, wie lang Raw auf Netflix laufen wird. Also ob es zwei Stunden oder drei Stunden sein wird. Denn eigentlich hieß es die ganze Zeit, auch als dann halt Raw auf zwei Stunden runtergegangen ist, hieß es die ganze Zeit, wenn es wieder auf Netflix läuft, dann wird es auch wieder auf drei Stunden hochgesetzt. Aber das weiß man noch gar nicht. Zumindest hat Triple H das so rausgebracht. Vielleicht hat man bisher oder jetzt ein paar mehr Infos oder sich da schon irgendwie einigen können. Aber ja, müssen wir auf jeden Fall mal abwarten, was dabei rumkommt. Aber generell ist der Netflix-Deal natürlich trotzdem eine coole und fette Sache. Ich denke aber mal nicht, dass es auf zwei Stunden sein wird. Aber ja, schauen wir mal. Dann gab es ja ebenfalls beim Bad Blood Pay-Per-View ein Video, was viral gegangen ist, wo man sieht, dass Kevin Owens Cody Rhodes attackiert hat. Dieses Video wurde von Fans im Internet geteilt und man hat das Ganze jetzt in die Story mit verbaut. Jetzt ist natürlich die Frage, was war zuerst da? Die Attacke und dann die Story oder die Story und dann die Attacke? Wer weiß. Ich gehe eher davon aus, dass das natürlich hier ein Work ist, sonst hätte man das auch nicht in der WWE verbaut, sonst hätte man eher die Fresse darüber gehalten. Aber ist eine coole Sache, habe ich auch schon ein paar Mal in so vereinzelten Videos gesagt, dass sie quasi so eine Storyline oder so einen Turn angebaut haben von Kevin Owens. Aber außerhalb der eigentlichen Shows, sondern das alles über Social Media. Da sieht man mal, die Macht von Social Media hat doch eine gute Reichweite in den letzten Jahren aufbauen können. Dann gab es noch Sami Zayn gegen Gunther um den World Title bei Raw vor einigen Wochen. Das war aber kurz nach dem WWE Bad Blood Pay-Per-View und natürlich haben sich einige gefragt, inklusive mir, warum dieses Match nicht auch beim Pay-Per-View war. Das lag daran, dass man mit den fünf Matches, die man vorher schon angekündigt hat, den Bad Blood Pay-Per-View sowieso komplett ausverkauft hatte und man dann der Meinung war, dass es scheißegal ist. Es bringt dem Pay-Per-View nicht mehr, dieses eine Match noch extra zu haben. Also man kann nicht mehr verkaufen, weil es war ja schon ausverkauft. Also ist es eigentlich scheißegal und deswegen hat man gesagt, okay, dann pushen wir lieber die Raw-Episode, um da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu ziehen. Ja, ist auch ganz okay, aber jetzt wissen wir auch, warum man das macht, warum die WWE... Also irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, als würde die WWE nach dem Motto Leben, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Denn wenn man jetzt sagt, ach ja, wir haben eh schon ausverkauft, ja, dann lassen wir es jetzt einfach, dann passt das schon. Finde ich ein bisschen schwierig. Finde ich gleichzeitig die Preise einfach ins Extreme anzuheben, aber auch auf der anderen Seite zu sagen, ach ja, wenn es eigentlich dann... Ja, dann reicht es auch eigentlich, ne, denn wenn es eh ausverkauft ist, naja, dann passt es halt schon. Ist natürlich schon ein bisschen fraglich, aber naja, was wollen wir machen. Und noch zum letzten Wort hier. Wir haben gerade noch eine fette Rabatteaktion bei Smilodox. Wenn ihr euch also die wunderbarsten Klamotten sichern wollt, dann checkt Smilodox aus. Da gibt es mit dem Gutscheincode Martin, aktuell 25% Rabatt. Und es gibt auch noch ab 80 Euro eine Sporttasche gratis dazu. Also Freunde, auschecken. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht nicht mehr solle. Kuss geht wie immer raus, Freunde. Wir sehen uns. Haut rein. Und ciao.